Ihr wisst nicht, wie oft mir Leute schon ihren Quellcode geschickt haben und gesagt haben, hey Yunus, bei mir läuft das Ganze nicht, funktioniert irgendwie nicht, reparier das mal. Und ja, ich könnte das Problem jetzt einfach in wenigen Minuten für dich lösen. Aber so wirst du niemals zum Programmierer. Denn Programmieren bedeutet nun mal, dass du lernst, solche Fehler selbstständig zu lösen. Beim Programmieren hast du 90% der Zeit einfach irgendwelche Fehler und musst diese lösen. Das ist einfach der größte Teil der Programmierung. Und damit musst du dich abfinden und das musst du auch lernen, selbstständig zu bewältigen. Du musst einfach diese Zeit in das Lösen der Fehler investieren. Früher oder später, da geht kein Weg dran vorbei. Und wenn du das gemacht hast und viele, viele Stunden in deine ersten Fehler investiert hast, um die zu lösen, dann wirst du auch merken, dass du mit der Zeit immer schneller dabei wirst, Fehler zu lösen. Der wichtigste Tipp an dieser Stelle, wenn du eine Fehlermeldung hast, dann gib diese bei Google ein. Dort findest du sehr, sehr viele Beiträge von Leuten, die schon darüber diskutiert haben. Und die kannst du dir alle durchlesen und dadurch wird das Bild mit der Zeit klarer und klarer. Und du lernst auch sehr viele Hintergrundinformationen.